Schenk eine Frau niemals zu viel, nicht immer für Schenken als Ziel. Mit einer Kleinigkeit kommt man genauso weit. Hauptsache ist, dass sie nur denkt, das hat er mir gerne geschenkt. Folg meinem Rat, der in der Tat manchem geholfen hat. Eine schöne weiße Chrissantheme, bringe deiner Liebsten selbst ins Haus. Eine schöne weiße Chrissantheme, sagt viel mehr oft als ein ganzer Strauch. Außerdem ist noch das Angenehme, diese Blume wirkt stets frisch und neu. Eine Woche hält die Chrissantheme, eine Woche bleibt die Liebste treu. Eine schöne weiße Chrissantheme, bringe deiner Liebsten selbst ins Haus. Eine schöne weiße Chrissantheme, sagt viel mehr oft als ein ganzer Strauch. Und außerdem ist noch das Angenehme, diese Blume wirkt stets frisch und neu. Und eine ganze Woche hält die Chrissantheme. Kommst du bepackt, lacht sie dich aus, bring ihr nicht gleich Wertheim ins Haus. Schenk nicht gleich großen Schmuck, das kommt noch früh genug. Pelze und Schecks, Silber und Gold, bring im Waggon nicht gleich gerollt. Halt sie erst knapp, denn nicht sie nimmt dir schließlich doch alles ab. Eine schöne weiße Chrissantheme, bringe deiner Liebsten selbst ins Haus. Eine schöne weiße Chrissantheme, sagt viel mehr oft als ein ganzer Strauch. Außerdem ist noch das Angenehme, diese Blume wirkt stets frisch und neu. Eine Woche hält die Chrissantheme und eine Woche bleibt die Liebste treu.